San Massimo ist endlich fertig. In diesem Projekt haben wir innerhalb von 100 Tagen eine Stadt erbaut. Der Farmprozess, der Bauprozess, das Handeln, alles zusammen hat über 5000 Stunden gebraucht. Während dem Event waren über 100 Leute dabei und haben uns geholfen, diese riesigen Kathedralen zu bauen, den gigantischen Berg abzutragen und eine mächtige Burg aus dem Stein zu meißeln. Das komplette Video findet ihr auf meinem YouTube-Kanal.